Hallo Freunde und damit herzlich willkommen zu diesem kleinen Video hier mit Commentary und Minecraft Battery Edition. Bitte keine Fragen zu meinem Skin, dankeschön. Und zwar habe ich ein kleines Thema, was ich eigentlich in einem Skywars Video ansprechen wollte. Hat nicht sehr gut funktioniert, ich habe die Videos Gott sei Dank nicht gespeichert, weil die waren absolut schrecklich. Alles ist schief gelaufen, aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern startet morgen um 20 Uhr ein Projekt gemeinsam mit ein paar Leuten. Und zwar habt ihr möglicherweise von Grind Attack schon einmal gehört, ich meine von Stone Attack schon einmal gehört, jetzt habe ich den Namen schon vorweggenommen. Stone Attack ist ein Projekt, wo, ich werde es vielleicht jetzt auch noch in einem Bild einblenden, alles, was eigentlich Luft sein sollte, Stein ist. Und die einzige Fläche, wo wirklich Luft ist, ist im Startbereich. Eigentlich eine riesen runde Fläche direkt am Anfang, so eine Art Kuppel unter der Erde, wo man startet mit einem Baum und ein bisschen Zeug in einer Kiste. Und von dort aus schaut man dann, wie weit man kommt. Man kann, soweit ich weiß, auch Sachen eintauschen. Das bedeutet Cobblestone, von dem man ja, nachdem alles aus Stein ist, genug haben sollte, gegen irgendwas. Und in diesem Projekt dabei sein werden Leute wie Orangenapfel, habe ich jetzt schon ein, zweimal meinen Kanal erwähnt. Fave, Sue, Blaubeerschorle und vielleicht poste ich jetzt noch eine Liste von all den Teilnehmern. Bin jetzt hier nochmal aus dem Cut. Dabei sind Blaubeerschorle, gerade so Lucas, Ivory Maple, Yuzo, Copa, Lead, McEagle, meiner Wenigkeit, Orangenapfel, Pinguin, Gamer, Pokéfil, Smart, Taubi, The Magma Dance, Bubu, Chris, Skill, YT, DokuTV, Faith, Glupio, Green Duck Studio, Hengo mit Doppel-O, MaxiMaxPower, MacLess, Ton, Losben, TV Invincible und Verblauter. Das steht eigentlich auch im Discord, vielleicht lese ich den auch nochmal am Ende runter. Aber ich freue mich schon auf das Projekt. Ich habe keine Ahnung, was ich dort machen werde und viele andere sind genauso ratlos wie ich. Das heißt, ich habe nicht unbedingt einen Nachteil dadurch. Aber ich bin natürlich trotzdem sehr gespannt und ich wollte zu dem Ganzen noch eine Sache sagen. Und zwar werde ich das Ganze live auf Twitch streamen. Entweder steht der Link jetzt hier irgendwo auf dem Bildschirm oder gebe ich in die Videobeschreibung. Solltet ihr aber auch auf meiner Kanalseite finden. Twitch.tv slash meingaming55. Das zweite G doppelt. Und eventuell, wenn ich Zeit und Lust habe, kommt zum Ganzen auch noch ein Video auf dem YouTube-Kanal. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn sich das ausgehen würde. Und schreibt doch einfach mal unter die Kommentare von diesem Video, ob ihr die Idee gut findet, da jetzt so ein bisschen drauf einzusteigen. Oder wer sagt, nee, macht eine Woche mit und dann vergisst es ganz schnell wieder. Weil das ist sowieso nichts für uns. Und solltet es andere Ideen natürlich zu Videosachen geben, dann auch damit gerne in die Kommentare. Und wie ist das so mit Minecraft Bedrock? Ich weiß nicht, gibt es da Interesse vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Der Beste bin ich jedenfalls nicht. Aber ich schätze schon gar nicht mal so schlecht. Es macht unfassbar Spaß, Sachen wie Capture the Flag gegen manche Leute hier zu spielen. Weil die Hälfte der Menschen hier einfach ein bisschen lost sind. Aber wenn mal was anderes kommen soll, würde ich mich auch selber Feedback freuen. Und eventuell seht ihr das dann auch noch am Stream, wenn nicht nur Grind Attack dabei ist. Die Runde hier dauert immer knapp unter einer Minute. Und das Ziel sollte auch jetzt nicht mehr so weit entfernt sein. Daher versuche ich das jetzt hier noch zu einem Ende zu kommentieren. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Hoffentlich töttet mich hier niemand am Ende. Nein. Gut. Zweite Runde auch geschafft. Eher kurzes Video. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich weiß zwar nicht, ob ich es cutten werde. Doch. Die Einzelstellen ist schon notwendig. Aber ich freut mich schon sehr. Wir sehen uns im Stream. Bis dahin. MyGaming. Ciao. Ciao. Ciao.